So, dann wollen wir mal gucken, was es jetzt gibt. Knastausbruch. Brich ins County-Gefängnis ein und hole deine Männer raus. Du musst mit großer Polizeipräsenz dort rechnen. Das klingt nicht so gut. Und ich kann mir nur drei auswählen und habe eine unterstützende Rolle. Okay, also der Boss geht auf alle Fälle mit. Und Koloff auch. Der Wolf ist verletzt. Dann kann ich auswählen. Der Doc hat hier eine Erfolgschance von 80. Wolf auch. Dann wird Wolf die Unterstützung und der Doc geht mit 37%. Ach du Jammer, das wird wahrscheinlich nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. In Ordnung, dann los. So, wo sind wir denn hier? Da sind wir. Ach, da ist Koloff. Also da sind wir drei. Hier geht es rein. Hier ist die Karte zu Ende. Da ist die Karte zu Ende. Okay. Wo sind wir denn hier? Ach so. Also das hier scheint die Karte zu sein, die wir auch schon mal gespielt haben. Hier ist einer und hier vorne ist einer. Die muss ich mir natürlich möglichst schnell holen. Damit wir wenigstens zu fünft sind. Boah, wie mache ich das denn bloß? Hier weiß ich überhaupt nicht, was passiert. Ich glaube, ich gehe einfach da oben lang. Einmal um die Ecke. Mal gucken, ob das was nützt. Okay, dann fangen wir mal die wilde Fahrt an. Hier hin. Hier hin. Hey, Koloff, auf die andere Seite. Noch ist nichts zu sehen. Und der Dock einfach hier gerade. Gut. So, ich will da hoch. Das heißt, ich gehe hier hin. Ah ja, okay. Da sind schon die Ersten. Oder der Erste. 150. Ach, Mann. Ja, dann ist ja hier die Deckung der Wahl. Ich sehe den. Und dann kriegt er auch gleich Lack. Tja, immerhin 25. So, da ist ein zweiter. Wird hier oben angezeigt. Den sehe ich aber noch nicht. Der Herr Koloss. Kann der hier hin? Ich siege. Egal, wie die Chancen stehen. Okay, da ist der Zweite. Auch 150. Tja. Wie machen wir denn das? Wie weit der läuft, ne? Geht's noch? Kann ich mich hier hinter verstecken? Kriege ich da Deckung? Das probiere ich einfach mal. Oh ja, sehr gut. Okay. Und nochmal bitte. So, jetzt ist erstmal der andere dran. Das würde ich aber auch so sehen. Oh, Moment. Ich habe noch acht. Sechs. Der braucht fünf. Und der braucht vier. Ne, dann machen wir das lieber so. Ich brauche was zu trinken. Dann ist der Doc dran. Bravo. Sehr gut. Schwer ist gut. Ja, der hat schon ganz schön eingesteckt hier. Mein lieber Mann. Kann sich aber gleich auftanken. Wo geht der lang? 13. 15. Ja, dann schicken wir den erstmal da hoch. Mal gucken, was passiert. Das ist ja der, der sich am meisten bewegen kann und auch am meisten abhaben kann. Auftanken, bitte. Dann gucken wir erst mal, wo es da oben lang geht. So. Ich gehe die andere Richtung. Und der Doc. Wo kommt der hin? Tja, der kann natürlich fast wieder gar nichts, ne? Der soll dann mal hier ins freie Feld. Der Koloss. Dann mal los. Bis da hoch. Okay, da steht einer. Wieder 150. So, der könnte jetzt natürlich noch 10 weiter. Also bis dahin könnte den noch hauen. Kriegt dann aber wahrscheinlich fürchterlich auf die Mütze, ne? Der da oben ist erstmal noch gar nicht dran. Das heißt, ich ziehe erstmal mit den anderen nach. Da hin. Hier hin ist das wahrscheinlich wieder außerhalb der Deckung. Also lieber so. Ja. Solange der sich da oben nicht bewegt. Und hier oben nicht dran ist. Ah. Boah. Da? Das hier sind jetzt 6, wenn ich das sehe. Und ich sehe keinen einzigen davon. Was? Okay. Und die sind alle durchaus gesund. Ja, Herr Koloff. Dann geht's jetzt aber los. Ich bin mit allen dreien vorher dran. Das heißt, wir probieren unser Glück mal. Achtsam nützt dir nichts. Du kriegst trotzdem auf die Mütze. Schöner Treffer. Ach, Kerle beim ersten gelobt und dann wieder nur Blödsinn gemacht. So, wohin kommt der denn? Jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man die 10er Fähigkeit nutzt. Der hat noch 2. Ja. Dann machen wir das. Dann soll der nämlich abhauen hier hoch schon mal. In der Hoffnung, dass da nicht gleich der Nächste wartet. Ich brauche was zu trinken. Tja, und Doc, du musst jetzt irgendwo hin, wo du den triffst und ein bisschen Deckung hast. Okay. Schön. Oh, der ist jetzt komplett mutlos. Das finde ich schon mal in Ordnung. Dann kann ich ihm nämlich einen geben. Und zwar so. Ich baue tatsächlich beide Schüsse. Wie ärgerlich. Gut, ja, von den 6en hier sehe ich immer noch nichts. Die werden aber vermutlich gleich mal irgendwo auftauchen. Oh, der Boss, der Doc schießt. Wo schießt der denn hin? So, Moment mal. Wo schießt der denn hin? Ja, doch, nach hier unten. Ach, hier steht einer. Okay. Eine ganze Ecke weg. Wollen wir nochmal hier drauf drücken. Da drauf. Die sehe ich alle nicht. Den habe ich eben schon gesehen. Die anderen 5 sehe ich aber trotzdem nicht. Tja, jetzt ist die Frage, ob wir uns nicht einfach nach oben verziehen. Von oben scheint ja keiner zu kommen. Der Koloff soll mal einfach weiterlaufen. Mal gucken. 8, 14. Das heißt, der würde sogar bis da hinkommen. Hier stehe ich allein. Wo steht denn da der Nächste? Ganz da hinten. Okay. Dann soll er trotzdem hier hin. Also hier hin. Und abwarten. Tja, dann müssen wir uns wahrscheinlich am ehesten noch um die hier unten kümmern. Aber wir wollen ja die anderen beiden da auch frei kriegen. Das heißt, der Dock geht hier in Deckung. So. Die sehe ich wieder nicht. Boah. Wenn wir durch die alle durch müssen noch. Das wird ja spaßig. Okay, wo komme ich hin? Komme ich bis da oben. Dann gehen wir weiter da hoch. Und fliehen mal vor dem da unten. So. So, jetzt haben wieder alle gezogen. Ich sehe wieder keinen. Doch da. Das ist ja der eine, den wir vorher schon kannten. Was wenn als mehr? Jetzt ist ja auch noch ein Polizist dazugekommen. Jetzt sind wir schon bei 7. Gegen 3. Okay, Herr Koloff. Wie machen wir denn das? Machen wir das überhaupt irgendwie? Das macht keinen Sinn. Wenn du bis dahin gehst. Der zieht ja auch noch ein bisschen. 22. Der wird ja auch 10 oder 12 gehen können. Das heißt, wahrscheinlich bist du hier einigermaßen sicher. Dann bleibst du da auch mal. Für den Dock ist das Spiel dasselbe. Immer ein Stückchen weiter hier. Nicht so ganz viel, aber naja. Okay. Ich sehe weiterhin gar niemanden. Das heißt, ich gehe mal mit dem Boss hier hin. Und jetzt ist es vielleicht gar nicht so clever, dass der Koloff da vorne steht. Der steht mir dann immer im Weg. Ja. Ja, das geht hier nicht gut aus. Das sind mir viel zu viele. Hehehe. Das sind mir viel zu viele. Da? Ja, wenn ich jetzt nämlich mit den beiden hier schießen will, dann steht der mir ständig im Weg. Ist die Frage, ob der hier eine Kabine kann. Kann er auch nicht, ne? Dahin. Der käme dahin. Könnte noch einmal hauen und wäre dann Kanonenfutter. Ach, wie machen wir das denn? Der ist natürlich mit 150 nicht zu besiegen. Und wahrscheinlich stehen ja hier auch noch irgendwo welche. Ne, dann geht der mal einen Schritt zurück sogar. Damit ich mit den anderen beiden da vorbei kann. Mal sehen, ob das was bringt. So, die ziehen wieder fleißig vor sich hin. Wo auch immer. Und ich gehe jetzt mal hier hin. So, und würde den sehen. Und auch treffen. Oder warte ich noch, wenn der da weiter doof rumsteht, bis ich den Dock auch hier irgendwo habe. Ich glaube, ich warte noch eine Runde. Guck, ob das eine gute Idee ist. So, der Dock kommt ja mindestens bis hier hin. Eventuell. Ja, jetzt steht er da doch wieder im Weg. Es ist zum Heulen. Trotzdem dahinter. So. Ich weiß gar nichts. Sehe ich denn irgendwen noch mehr als den Polizisten da oben, ne? Tja, Herr Kronow. Was machen wir denn mit dir? Du bleibst da einfach stehen? So, und ich gehe jetzt so, dass ich gut treffe. Also hier hin. Und dann fange ich einfach mal an. Wir müssen uns ja irgendwann mal kümmern. Tja, und die Frage ist, nutze ich das jetzt, um ihm nochmal einen zu verblätten? Oder lasse ich es bleiben? Der hat 86. Der ist hier oben aber offiziell erstmal gar nicht dran. Der steht da weiter als Kanonenfutter. Dann lassen wir es erstmal. Ich brauche was zu trinken. So, wie weit kannst du? Kommst du bis da hin? Nein, kommst du leider nicht. Ja, dann gehe ich hier in Deckung. Der sieht den aber. Trifft mich mit einem Prozent und 31 Prozent da hinten. Das ist schon mal gut. Trifft mich mit drei Prozent. Das Risiko gehe ich auch ein. Sehr schön. Und hat dem ordentlich was abgezogen. Oh. Jetzt geht's auf die Mütze. Ah, verdammt. Ja, irgendwo müssen die herkommen. In Ordnung, dann los. Tja, in Ordnung. Wie denn? In Ordnung. So? Warum nicht? Und gleich nochmal. Zeit deinem Schöpfer gegenüber zu treten. Und jetzt lohnt sich eventuell auch das dritte Mal, oder? Wie viel hat der denn noch? 54. Und der Koloff ist noch dran. Der ist aber zu weit weg. Egal. Jetzt gilt's auch nochmal hier. Okay, zwölf bleiben. Und ich kann mich noch auftanken. Das ist auch gut. Schwer ist gut. Herr Koloff, bis dahin, bitte. Tja. Doc. Dahin? Oder lieber dahin? Nee, lieber dahin. So, und dann hoffe ich, dass du ihm die letzten zwölf da abnimmst. Das war zu viel meiner Medizin für ihn. Okay. Ach, wie viele sind denn das, ey? Guckt euch das mal an. Hier oben sind... Ei, da sind wieder welche. Ei, 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 ei. Also es sind weiterhin zwei, vier, sechs, sieben. Es werden gar nicht weniger. Den sehe ich wieder nicht. Das heißt, ich bin mit allen dreien dran auf den Sheriff. Nein, was ist denn das hier? Polizist. Dann mal los. Gute Treffer. Schön. Tja, der Koloss, wo weit kannst du denn? Bis dahin mit zehn, dann könntest du danach noch abhauen. Dann darfst du auch mitmischen. Ach, komm schon. Und noch einmal. Mit Zielen am besten auch noch. Sehr gut. So, und dann verziehst du dich dahin. Ja. Tja, und Doc. Am besten wäre doch, wenn du da stehst. Und ihm dann den Rest gibst, bitte. Das ist endgültig. Sehr schön. So, wieder einer weniger. Ich sehe keinen einzigen von den Sechsen, die jetzt hier noch rumhampeln. Komme ich schon dahin? Nee, komme ich nicht. Das heißt, ich gehe mal da hinten hin. Ich kümmere mich um ihn. So, jetzt gibt es irgendeinen. Da unten steht einer. Ja, war zu erwarten. So, dann drehen wir die ganze Schose mal. Und wenn ich ihn sehe, kann ich auch auf ihn schießen. Und noch mal. Tja, und der Doc. Am besten dahin. Weil das wird wieder nicht reichen. Doch, es wird reichen. Um den Dandy zu befreien. Na komm. Selbst wenn es dann keine Deckung gibt. So. Aha, da ist er dran. Sehr gut. Jetzt sind wir schon 4 gegen 6. Was kann der hier noch? Alle Teammitglieder halten 50 Mutpunkte. Das hebe ich mir noch schön auf. Tja, und der Koloff muss jetzt doch irgendwie mal ein bisschen Gas geben. Wir müssen da oben den natürlich auch noch freikriegen in Squix. So. Oh, wir sehen weiterhin nur den, oder? Sehen wir noch irgendjemand anderen? Jetzt sind wir doch wieder bei... Ne, sind wir bei 6. Okay. Dandy, kommst du bis dahin? Kommst du? Sehr angenehm. Dann darfst du auch deine Maschinenpistole einsetzen. Und nochmal. Was für eine spektakuläre Art abzutreten. Oh, das war ja schön. Sehr gut. Ja. Tja, Doc. Wie denn? Wo sind denn welche? Man sieht jetzt überhaupt keine, ne? Hier ist alles besetzt. Kommst du bis dahin? Ja, dann geh mal dahin. Ich weiß ja auch nicht. Tja, wir gehen kleine Schritte, denke ich. Tja, Herr Koloff, kommst du bis dahin? Ach, gerade so nicht. Wie ärgerlich. Lass uns tanzen. Also ich meine, irgendwo müssen ja noch 5 Stück sein, aber... Erstmal befreie ich den jetzt, dann haben wir nämlich... Auf ein Tänzchen, Schatzi. Wo steht denn einer? Ganz da unten. Ja, der stört mich natürlich im Moment. Jetzt ist die Frage, ob ich noch in Deckung gehe oder ob ich den befreie und dann... ...offen stehe. Da ist der Koloff dran. Ich glaube, dann gehe ich erstmal in Deckung. Ich sehe den trotzdem. Dann grüßen wir ihn auch schon mal freundlich. Achso, ich sehe ihn nur, aber ich kann ihn nicht erschießen. Schade. Ja. Der Doc. Der Doc, der Doc. Kommt man denn hier irgendwo in die Kabinen rein? Nee, kommt man nicht. Tja, wo stellt er sich hin? Hier hin. Ich meine, wir müssen ja auch noch entkommen, steht hier. Das fällt mir jetzt erst... ...zeit es anzugehen. ...wieder siedend heiß ein. So, ich kann mich immer hier so bewegen. So, und der Herr Koloff, der holt sich den jetzt. Sehr gut. Hallo, Squeaks. 9 zu 7. Schade. Das heißt, wir haben jetzt keine Deckung. Außer wir gehen da ein bisschen rein. So. Autsch. Irgendjemand schießt auf uns. Das gibt Trouble. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Also hier stehen ja schon mal zwei, wenn ich das richtig sehe. 165 und 135. Der Sheriff wird hier aber noch gar nicht angezeigt. Hier steht der Sheriff. Das heißt, es ist noch mehr als die, die wir hier sehen. Hm. Tja, dann gehen wir da mal hinter die Tür. Und warten es ab. Tanken uns wenigstens nochmal auf. Tja, und der Dock. Hier gibt es natürlich irgendwie... ...nix an Deckung, oder? Was machen wir denn da? Wir sind mit drei dran und mir geht es schon erstaunlich schlecht. Und der Dock kann heilen und ich stehe da. Dann würde ich doch sagen, komm mal lieber zurück. Und heil mich. Wenn das was hilft. Und sprich mal Mut aus. So. Naja, das hat natürlich nichts geholfen. Gut, das heißt, ich kann aber dahin gehen zumindest mal. Und ich sehe zwei. Dann ist halt die Frage, warum nicht? Ich müsste mal einen erschießen, damit ich den zweiten Frühling nutzen kann. Ja, für Squeaks genau dasselbe Problem. Wir kommen eigentlich nirgendwo hin, außer vielleicht hier. Ne, noch nicht mal. Aber wir kommen nirgendwo hin, ohne aus der Deckung zu gehen. Die sind danach dran. Also zumindest einer von denen. Da hinten ist der Sheriff erst. Also wenn ich das richtig sehe. Die drei hier sehe ich nicht. Oder die vier. Und dann wäre ich mit fast allen dran, bevor die wieder ziehen. Das heißt, ich könnte es auch offensiv spielen. Ich spiele es mal offensiv. Mal gucken. So, Squeaks. Wen suchst du dir aus? Achso, du hast nur einen zum aussuchen. Tja, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Naja, genau. Ach, irgendwie war das vielleicht nicht die beste Idee. Hey, Kolov, wo kannst du denn hinlaufen mit deinen 15? Ja, das war jetzt nicht so cool.